Das E-Learning-Angebot der Schuldnerhilfe Oberösterreich erreichen Sie über den Menüpunkt Angebot, Finanzbildung, E-Learning. Alternativ können Sie diese Seite auch über Ihren Webbrowser aufrufen, indem Sie die Adresse www.finanzkompetenz.at eingeben. Unter dem Menüpunkt E-Learning nach Altersstufen sind die unterschiedlichen E-Learning-Angebote ab 13 Jahren bzw. ab 15 Jahren aufgelistet. Unter dem Menüpunkt Kurse finden Sie das gesamte E-Learning-Kursangebot der Schuldnerhilfe Oberösterreich. Haben Sie sich für einen dieser Kurse entschieden, klicken Sie auf den Button Lesen Sie mehr, um mehr über die Inhalte zu erfahren. Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht der Inhalte, die in diesem Kurs gelernt werden können. Eine Empfehlung, ab welcher Altersstufe dieser Kurs sinnvoll durchgearbeitet werden kann, die ungefähre Dauer des Kurses und den jeweiligen Schwierigkeitsgrad. Über diesen Punkt können Sie den jeweiligen Kurs starten. Jeder Kurs liegt in einer Version ohne Sprecherin und mit Sprecherin vor. Weiters finden Sie in diesem Bereich das jeweilige Begleitheft zum E-Learning-Kurs, das Sie als Lehrkraft oder Trainer, Trainerin nutzen können. Unter dem Punkt Begleithefte finden Sie nähere Informationen zu allen Begleitheften, die Sie als Lehrkraft oder Trainerin bzw. Trainer nutzen können, wenn Sie mit Ihrer Klasse oder Gruppe einen E-Learning-Kurs durcharbeiten wollen. Um zu den Begleitheften zu kommen, müssen Sie sich einmalig telefonisch registrieren. Sie erhalten von uns einen Zugangscode und können dann über diesen Punkt Begleithefte direkt herunterladen. Über den Menüpunkt Lernnuggets gelangen Sie zum Angebot der kurzen Lernnuggets. Auch hier können Sie über den Punkt Lesen Sie mehr, genauere Details über das jeweilige Lernnugget erfahren. Und über diesen Punkt das Nugget starten. Unter dem Menüpunkt E-Learning mit und ohne Sprecherin finden Sie weitere Informationen zum Kursangebot mit bzw. ohne Sprecherin. Über den Menüpunkt E-Learning-Kahoot-Quizze gelangen Sie zu einer Übersicht aller aktuell verfügbaren Quizaufgaben, die Sie sowohl in der Klasse gemeinsam als auch von zu Hause spielen können. Unter dem Menüpunkt Technische Hinweise finden Sie Informationen, falls es bei der Nutzung des E-Learning-Kursangebots Fragen gibt. Weiters finden Sie am Ende dieser Seite ein PDF-Dokument, das Sie sich herunterladen können, in dem noch einmal im Detail auf Technische Hinweise zu den E-Learning-Angeboten eingegangen wird. Im Bereich E-Learning FAQ finden Sie Fragestellungen mit entsprechenden Antworten, die Ihnen beim Durcharbeiten des E-Learning-Angebots hilfreich sein können. Unter dem Punkt E-Learning Internet Links finden Sie eine Auflistung aller in den Kursen und Lernnuggets genutzten Internet-Link-Seiten. Über diese Seite können Sie die jeweiligen Links direkt starten. Über den Menüpunkt Kontakt können Sie direkt mit dem E-Learning-Team der Schuldnerhilfe Oberösterreich in Kontakt treten. Nutzen Sie dazu das Feedback-Formular, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns ein E-Mail. Über den Menüpunkt Feedback-E-Learning können Sie uns eine Rückmeldung über das E-Learning-Angebot der Schuldnerhilfe Oberösterreich geben. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.